Hallo, liebe Kinder, hallo, liebe Eltern. Bei Kabel Digital Home gibt es Deutschlands ersten Vorschulkanal. Playhouse Disney. Oh, ja, und oh. Willkommen an Bord. Hallo. Dazu noch in Scheiben geschnittene Runkelrüben, Heikartoffeln, grüner Spargel, Zwiebeln. Hä? Oh, na gut, dann eben keine Zwiebeln. Uh, uh, uh. Und, äh, das müssen Sie sehen. Zeichentrickfilme, Serien für Kinder und alle Disney-Helden. Cartoon-Klassiker für kleine und große Zuschauer. Das ist das tolle Kinderprogramm bei Kabel Digital Home. Status 005? Das Signal kommt aus einer Entfernung von 10 Meilen. Wir sind in 67 Sekunden da. Gib Gummi 002. Wow, viel besser als meine Idee. Wie machst du das? Ganz einfach. Man nehme Tom und Jerry, Fred Feuerstein, Bugs Bunny und Co. Zeichentrick-Unterhaltung für die ganze Familie bei Boomerang. Das wirft kein gutes Licht auf dich. Beste Unterhaltung natürlich in deutscher Sprache und ohne Werbeunterbrechung. Das ist Kabel Digital Home. Kein Grund mehr, komisch aus der Wäsche zu schauen. Toon Disney mit Mickey Mouse und ihren Freunden. Psst, mit Toon Disney Plus 1 ist verschlafen nicht mehr so schlimm. Hier kommen die Zeichentrickfilme einfach eine Stunde später. Am besten gleich anrufen für die Programmvielfalt von Kabel Digital Home. Bis morgen, Kinder. Oder wie wir in der Eskimo-Sprache meiner Mutter sagen würden, bis morgen, Kinder. Nur nicht zu überstürzen. Lass ihn die Nummer beenden.